mit schiiten wir haben rafala was die batterie angeht ich will nicht mit dieser kleine welpen batterie debattieren nein 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 kopf der batterie will ich in mein life haben und schalte will ich mein ziel erreichen kopf der batterie soll mein life kommen und über koran verwischung debattieren mit respektvoller art und weise ja wo ist das problem wo ist das problem ich sage es noch mal wer sagt dass allahs buch vollständig ist ist ein lügner und diese wissen da diese schiuch und imame sie wissen genau dass ich die wahrheit erzähle deshalb haben sie angst mit mir zu debattieren also die sache ist gegessen wasser